Heute ist der 24. Februar 2017, da sieht man den dichten dicken Sichel, übrigens ein bisschen ist auch noch Erdlicht erkennbar, dabei ist die Venus-Mars-Konjunktion jetzt mittlerweile ein paar Tage her, da ist die Venus und Mars ist mittlerweile unterhalb, wie man hier gut sehen kann, also ich habe das jetzt in den letzten Tagen immer verfolgt und jetzt ist die Venus mittlerweile über dem Mars, also da ist Venus und der Mond ist da oben mittlerweile auch, also wir haben jetzt mittlerweile hier zunehmend einen dichten Sichel, in ein, zwei Tagen ist Halbmond und auf der anderen Seite ist der Jupiter, der befindet sich hier vorn, da ist Jupiter, der befindet sich da vorn und da sieht man auch noch einen Stern hier, da ist Sirius, Man sieht es jetzt richtig, dass der Boden flackert im Bild, ist leider ein bisschen verruckelt, aber der flackert relativ gut, das Sternbild des Orion kriege ich hier die drei Mittelsterne rein, Da oben noch Beta-Geuze, da ist die Lampe, da ist noch der Mond, da hinten Jupiter und noch mal zu Venus gehen. Und damit hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Zeigt es mir mit Daumen nach oben, kommentieren, teilen oder auch gerne abonnieren. Und damit hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat.